We are the Red Yo Party People! Endlich mal wieder ein Vlog von uns. Wir sind wieder zurück. Back on track. Back on track. Wo sind wir denn? Auf dem Affection Festival ohne Stimme. Ihr hört es an deine Stimme schon. Heute ist schon Tag 2. Wir wollten gestern den Tag immer ein bisschen genießen. Aber wir haben die Story-Eilers gemacht. Was haben wir noch gemacht? Wir haben noch einen Artikel auf HardFactC geschrieben. www.hard-fact.de Wir befinden uns gerade momentan im Backstage. Ihr seht hier, da wo Dani hin zeigt, die Mainstage. Und wenn wir uns da rechts drehen, haben wir hier das Hardcore-Zelt. Und wir führen euch jetzt einfach mal ein bisschen über das Festival. Zeigen euch ein bisschen was. Zeigen euch, wie die Art ist. Wir können uns gerade hier schöne Backstage-Bier. Es ist zwar Heineken, aber man kann es trinken. Und Cola! Ja, einer muss ja fahren. Ich bin nicht so für meine Fahrkünste bekannt. Von daher... Also ich habe schon einen Führerschein und so. Nicht, dass ihr jetzt denkt. Aber ich lasse sie immer fahren, weil dann kann ich nicht mehr Bier trinken. Und wir würden euch einfach rumzeigen. Ein bisschen die Stages. Vielleicht kriegen wir den ein oder anderen Artist von der Linse, der euch was sagt. Wir schauen mal. Ich glaube, die Alice-Kandidaten, das könnte was werden. Ja, ja. Und ähm... Ja, wir haben gestern schon mega viele coole Leute getroffen. Der Trinker ist dann heute noch da. Vielleicht sind die bereit, nachher noch für den Jägermeister über den Vlog zu trinken oder so. Ja. Schauen wir mal. Wir zeigen euch das jetzt. Und ja. Hast du noch was zu sagen? Äh, viel Spass. Tschüssi! Tschüssi! Let's go, Leni! Hit me go again! Say once again now! To everybody in the motherfuckers, they don't wanna see you lose your motherfuckers. Let them see you come crazy. So, der Andi hat jetzt mittlerweile seinen eigenen Eiskühler. Ich habe meinen Eiskühler, wo ich mein Bier kühlen kann. Das hat aber einen anderen Grund. Da war gerade so eine Hurenwespe, man sieht ja vielleicht, dass es ein bisschen rot ist. Das hat mir Gott sei Dank der Barkeeper. Das ist ein Drinkcooler gegeben und das kühle ich halt mein Bier und meine Hand mit. Also, das hat mir gemobbt, ich bin zufrieden. Ich habe auch dazwischen Glasflaschenbier erhalten. Die Lüdi beschwert sich gerade über irgendwas. Was macht ihr? Oh nein, ich bin nicht in der YouTube-Flucht. Es ist jetzt zu spät. Ich werde es nicht rausschneiden. Ja, auf jeden Fall. Elisa, bist du auch auf YouTube? Hi. Hi. Du bist die Elisa, Hostile Princess auf Instagram. Alle reinfolgen. Ich bin schüchtern. Oh, du bist schüchtern. Also, ich werde mich jetzt mit meinem Getränkekühler auf den Weg machen zur Bar, um mir was Neues zu trinken. Und neues Eis zum Kühlen. Und neues Eis bei euch auch. Nein, ich werde den Barkeeper sein. Eiskühler wieder zurückbringen, natürlich. Ich wäre aber lustig, mit dem rauszumarschieren. Warum hast du ein Eiskühler dabei? Ich habe Nestbesticht. Ja, wir gucken ja mal, ob wir noch irgendjemand vor die Nase kriegen und zeigen euch dann später nochmal ein bisschen Sinn. Oh, einer, meine Augenringe. Also, bis nachher. Ciao, ciao. Wir sehen hier die Dani, die sie sich ausziehen müssen. Ja, super, danke. Ja, wir sind jetzt hier gerade im Allesbereich. Ihr seht, hier ist nichts los. Es liegt aber gerade daran, dass es hier kein Essen gibt. Ich habe jetzt gerade mal vom Gulasch die Suppe quasi gekriegt, habe mir ein Brötchen geholt, ein bisschen Salat. Bier ist natürlich auch immer dabei mit Cola. Und Dani isst noch eine Poling, weil davon gibt es noch genug. Und ich habe keinen Hunger. Was sagst du dazu, dass es gerade nichts zu essen gibt und ich Hunger habe? Ja, Pech für dich. Ja, es ist ein Mostag, es geht im VIP auch essen. Dann müssen wir was anderes. Das heißt, wir essen einfach Zorn am Tag was anderes. Einmal die wir im VIP und einmal... Aber ich habe keinen Hunger und deswegen jetzt genug Pudding. Kannst du mal aufwogeln? Wow, Sex sells oder was? Ja, also ich esse jetzt hier ein bisschen Salat und ein bisschen den Rest vom Gulasch und trinke was. Und dann melden wir uns nachher wieder. Aber ihr seht jetzt so ein Artesbereich, sieht eigentlich gar nicht so spannend aus. Es ist einfach nur ein dummes Zelt mit einem Buffet, Getränke. Sofa. Ja, wir haben das Sofa hier. Und sonst seht ihr Bierbänke, sowas. Daraus steht auch noch mal ein bisschen Zeug. Und hier, weil ich schon mal hin, das war gestern das Cabot von Headtunters. Das ist wieder der einzige, der ein Cabot braucht. Was sagst du dann dazu? Ist dir Wurst oder was? Ist dir das egal, dass du da macht? Ja, dann und guten. Mach's gut, tschüss. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Moin moin ihr geilen Menschen, jetzt gibt es hier wieder ein Buffet, frisch nachgefüllt, erstmal ein Heineken, einen Schnitzel, Chicken Wings, Kräuter, Butter, Salate, da hinten gibt es noch, und was gibt es noch? Nudeln mit, noch so mit dem Chicken, also wirklich leckeres Zeug, nur zu empfehlen, mega nice, ich sag erstmal Brötchen hier und machs gut! So Leute, ich sitz jetzt hier mit dem Mann, mit MCDM, mit Hüb, sag Hallo zu den Germanen Fans! Hey Germany! Anything you want to say to the German guys? Hell yeah, Germany, Germany, you are the fucking greatest right now! How did the Dutch guys? I don't know, I don't know, I don't know, do you have to choose? Now I did the Dutch and then the Germans. Germany, you are fucking great, Hearthstyle is coming your way, we are getting bigger and bigger and bigger, and let's do it together, Germany, Hearthstyle, let's do it together, yes! Thanks for that, for that really short, for your really short opinions about German. Yeah, you have heard, he does the German too, we are just eating, right? Here is his microphone, hello, hello! That is of course, the stage is there, so say bye bye! Bye Germany! This is the StarHead call! If you want, I'm waiting to go with anyone at the time to, here goes back on the main when they come on a fight, now here is no way to go, here we go! Here is theowers step away of being Captain Duckface! Du hast nichts zu sagen für die deutsche Fans? Zum Witter, zum Türen, zum Türen, zum Türen, zum Türen, zum Türen! Der nächste Feature ist für Juhpon, nehm? Ja, 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 wieso? Das ist ein großes. Das war ein kleineres. Das war ein kleineres. Das war ein kleineres. Kannst du noch mal trinken? Ja, ich kann, wirklich. Nein? Nein, das ist gut. Eis, kalt? Ja, das ist gut. Wenn es warm ist, dann schmeckt es wie Schiff. Das ist sehr wahr. Was du trinkst, wenn du trinkst? Wenn du nicht trinkst, dann trinkst du trinkst. Vodka trinkst du trinkst. Vodka trinkst du trinkst. Das ist die beste. Die beste. Das ist wirklich. Tönen Tag? Ich bin nicht trinkst du trinkst. Ja, ja, aber es ist gut, dass es eine Dämpste ist. Aber es ist gut, das es eine Dämpste ist. Ja, wenn du trinkst du trinkst, dann kannst du dich auf. Tschüss! Bye! ein You guys in the back, too! VIP, get down! I see you! Kaisa! Kaisa, get down! Down, down, down! Stay down, stay! You know what? I'll be back! Stay down! Wait, wait! Not yet! You ready? You ready? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! So what's the motherfucking name? My name is my name! 3, 2, 1, let's go! 3, 2, 1! Let's go! Let's go! 1, 2, 3, 2, Das war's! Das war's! Das war's! Das war's! Das war's! So hard and got so far But in the end, it doesn't even matter I had to fall to lose it all But in the end, it doesn't even matter Okay, that was it. Okay, that was it. Keep that in mind I design this rhyme to explain it to time All I know Time is a valuable thing Watch us fly by as the pendulum swings Watch it count down to the end of the day The clock ticks like what is so unreal Then look out below Watch the time go right out the window Trying to hold on but you didn't even know Wasted it all just to watch you go One for the night, two for the day Let it go know that we don't play What do we have to do Do you have to deal with? Wir hoffen natürlich, dass euch der Vlog dieses Mal wieder gefallen hat. Wir sind ziemlich am Arsch und es ist gerade zur Tür rein, weil es dann deine Stimme ist. Ich sage heute nicht mehr viel. Ja, also die Party war auf jeden Fall gut. Wir wollen uns doch kurz bedanken bei den Leuten von B247 unter anderem, bei dem Stefan himself, bei dem Thomas, bei der Alicia, bei der Sabrina und bei allen anderen, die gestern noch mit dabei waren. Es war echt lustig. Auch danke an die Elle und der Tweakers. Ja, ihr habt gemerkt, wir vloggen nur noch so sporadisch, aber ich hoffe, dann stimmt wie es die Qualität und wir können euch was Neues zeigen. Wir wissen nicht, wann wir uns wiedersehen, aber bestimmt sehen wir uns wieder. Haut rein. Alle Links in der Beschreibung. Tschüssi. Ciao.